Kein Husten, kein Fieber, keine Atemnot. Eine Infektion mit dem Coronavirus kann auch symptomlos vorübergehen. Doch wie weiß man dann, ob man infiziert war? Das ist eine der Fragen rund um das viel zitierte Thema Dunkelziffer. Mit freiwilligen Blutspenden wird der Frage um die Ausbreitung des Virus jetzt auf den Grund gegangen. Das Blut von rund 4.500 zufällig ausgewählten Spendern soll von der Abteilung Infektions- und Tropenmedizin am LMU-Klinikum München auf Antikörper untersucht werden, um festzustellen, ob sie schon eine Immunreaktion auf den Erreger hatten oder eben nicht. Und daraus sollen sich dann Rückschlüsse auf den infizierten Anteil der Bevölkerung ziehen lassen. Der Test sagt erst einmal, dass es Kontakt gab, dass das Immunsystem etwas wiedererkennt. Aber wir können deswegen niemandem sagen, sie sind jetzt immun, sie dürfen wieder nach draußen, sie dürfen sich allen Risiken aussetzen, sondern es geht nur darum zu sagen, so und so viele Menschen hatten Kontakt. Die Studienteams besuchen in den nächsten Wochen rund 3.000 Haushalte in München und wollen dabei rund 4.500 Freiwilligen Blut abnehmen. Bei bestimmten Krankheiten sei erwiesen, dass Menschen mit Antikörpern geschützt seien, aber über das neuartige Virus sei zu wenig bekannt. Im Laufe der Studie könnte es mehr Erkenntnisse dazu geben. Am Wochenende haben erste Teams an Haustüren geklingelt, begleitet von Polizeibeamten, damit die möglichen Probanden sicher sein konnten, ein wissenschaftliches Team und nicht Betrüger vor sich zu haben. Erste Ergebnisse erwartet die Abteilung Infektions- und Tropenmedizin in sechs bis acht Wochen. In der ersten Testrunde rechnen die Mediziner noch nicht damit, viele Menschen mit Antikörpern zu finden. Die Tests sollen aber über zwölf Monate, alle drei oder vier Wochen in denselben Haushalten wiederholt werden. Die Tests gehen jetzt mal wiederdessen. Untertitelung des ZDF, 2020